Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight in Gideons Fleischfabrik mit unserem Fallensteller. Aufnehmen. Man muss nehmen, was man kriegen kann. Zum einen habe ich ja die Aufgabe, dass drei Leute in die Beerenfallen laufen. Aber das ist nicht immer so einfach. Da habe ich den Generator gehört. Da hat einer den Gem knallen lassen. Nee, das muss ich irgendwie hier hochkommen. Weil dort... ...getroffen. Du gute Mech. Und da liegst du auch. So, dann hängen wir dich doch direkt mal hier an den Haken. So, dann will ich mich zurücksetzen. Dann hat dieser dort hinten geknallt. Jawoll. Jawoll. Na, werde ich mir die mal nehmen. So, dann würde ich hier vorne mal eine hinlegen. Kommt man wieder zu nix. vor lauter Generatoren. Vor lauter Generatoren. Ist ein bisschen ruhig hier. Ich sehe kaum einen Überlebenden. Ich sehe jetzt, dass die die entschärft haben. Oh. Ihr sollt da reintreten in die Falle, nicht entschärfen. Ja, schmeiß mir ruhig jede Palette in den Weg, den du findest. Ach, ja, ach, ja. Ach, dann nehm ich dich einfach. Kann ich mal eine irgendwie da reintrepfeln? Dann ist das so viel verlangt. Ja, danke, so muss das sein. Mehr wollte ich doch gar nicht. So ist's recht. So, und das nur noch zweimal. Und ich bin zufrieden. Jetzt geht's mir doch dreckbesser. Was soll ich sagen? Ohne Worte. Ach, ja. Ich stapsele in meinen eigenen Fallen hinein. So, da, da, da. Oh, ja, danke, bitte, gerne. So, du rennst jetzt hier runter, gestimmt. Nee, oh, doch nicht. Schlag Nummer eins. Schlag Nummer zwei kommt gleich. Schlag Nummer zwei. Nummer 1 Nummer 2 So, in den Keller werde ich dich jetzt nicht bringen können Aber dafür hier hin Gut, kommst du halt wieder an den Haken Ich glaube zwar nicht, dass das hilft, aber man kann ja nie wissen Oh, hab ich mich für meine eigene Falle erschrocken Dass ich da nicht nochmal rein tapse Wir müssen nur noch einen Generator machen Oh, jawohl, jawohl Dankeschön, ich glaube du warst Nummer 3 Oh, jawohl, jawohl Ja, wunderbar Ach, ist das schön Du hast gute Dienste verbracht Ich werde mal aufmachen Tut, oh Hm So, wo sind die Restlichen denn? Hier nicht Hier auch nicht Dann seid ihr bestimmt da oben Jetzt bin ich irritiert Wir sind doch nur noch 3 Generatorn über Nummer 1 Hier ist Nummer 2 Hier ist Nummer 2 Ah So, so, dann gehen wir da mal hin Ich glaube, hier gibt es eine kleine Luke Oh, wunderbar Oh, wunderbar Stellen wir die mal wieder auf Und heben dich auf Oh Das hat sich ja ein bisschen gereimt Ist hier kein Haken? Oh, nein Oh, da ist ein weißer Haken Sehr gut, den schaffe ich doch noch Sehr schön Hier nix Da was? Oh, das ist glaube ich ein Todesvorteil Jawohl Das war's für dich dann Aber ich glaube, du hast mir die 3 2 Fallen beschert, die ich brauche Dann kann ich ihn lieber dich Ja, dann wirst du in meine Falle getappelt Na gut, das war gut Da höre ich dich Na gut, das war gut Konntest du dich fast erfolgreich flüchten Konntest du dich fast erfolgreich flüchten Aber nur fast Ah, komm Wo bist du? Ah Wahrscheinlich musst du dort sein Ah Ah Da bist du Ja, du entkommst nicht Ah Das ist nicht dein Ernst, oder? Das... Oh, es tut mir leid für dich. Aber, ich brauche Punkte. So, die Luke auf die Schnelle kriege ich nicht wahrscheinlich. Nope. Doch, doch, da wäre so... Ach, schade, da wäre so gelesen. Ich habe noch zwei Sekunden Zeit gehabt. Ja, drei Überlebende mit Bärenfallen gefunden. Sehr schön. So. Die restlichen Silberembleme habe ich auch bekommen. Ja, ich würde sagen, drei von vier, plus zwei Aufgaben, krassend Fortschritt, plus eins. Ich kann mich nicht beklagen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Oh, und Stufe 93. Auch noch ein Aufstieg. Da habe ich ja den Hattrick voll. Ich bedanke mich recht herzlichst fürs Zuschauen. Würde mich über einen Kommentar, ein Like und natürlich ein Abo freuen. Und ich hoffe, es euch beim nächsten Video auch begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.